Herzlich willkommen zurück zu Splatoon im Multiplayer. Wir machen heute ein paar Runden im Ranked, bis wir verlieren und dann geben wir den Standardkampf. Oh ja, ich habe meine Muscheln immer noch nicht benutzt. Und ja, jetzt habe ich gar nicht geguckt, welcher Modus gerade am Start ist. Verdammt. Sehe ich jetzt, wenn wir in die Lobby kommen. Hoffe ich. Herrschaft, okay. Und die Lobby füllt sich schnell. Jawoll. Nice. Vielleicht steigen wir ja heute mal auf und nicht wieder ab. Mal gucken. Mal gucken. Blau Flossen Depot. Alles klar. Okay, wie sieht es aus? Jetzt kommen morgen wieder neue Waffen. Also heute. Aber, da ich morgens nicht aufnehmen kann und erst abends und das dann viel zu spät wäre für die Folge, müsst ihr immer einen Tag bei mir mit einem Tag Verspätung rechnen. Oder vielleicht auch zwei. So ist das halt. So als nicht Vollzeit YouTuber. Oder als Mensch, der nicht Freie hat an den passenden Tagen. Lol. Ich habe ihn getroffen. Deswegen habe ich draufgehalten. Und what the... Moment. Man kann... Moment. Habe ich gerade richtig gesehen, dass der vier Werte... Moment. Vertrug ich mich gerade oder was war da jetzt gerade? Der hatte vier Werte je Rüstung. Habe ich jetzt... Ich habe mich noch verguckt. Geht das? Geht das? Das ist halt das, was mich gerade verwundert. Ach fuck. Moment. Wir machen ja Herrschaft. Lol. Ich bin ja verpeilt. Ich färbe hier so ein. Och Leute. Sorry. Ich bin so verpeilt, ey. Ich färbe hier ein. Ich denke Standardkampf, Herrschaft. Alles klar. Lol. Jetzt war ich echt verpeilt. Das gestehe ich. Aber warum hat der vier Werte gehabt? Das verwirrt mich noch mehr. Das ist das Schlimme. Oh Gott. Ich habe gehört, dass er mich getroffen hat. Nice. Oh. 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 Aus damit. Oh. Hinter mir. Okay. Das war eine gelbe Mine. Alles klar. Wir halten das gerade sehr, 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 sehr gut. Nein. Woher? Da drin. Oh. Den habe ich gar nicht gesehen. Nee. Das war der Hauptwert und drei kleine Werte. Okay. Ich dachte gerade, echter wären fünf Werte gewesen. Voll verpeilt. Warum gehe ich hier lang? Ich weiß es nicht. Scheiße. Das reicht nicht. Okay. Dann gehen wir jetzt rüber und holen uns den Shit. Schild. Verdammt. Ich habe ihn aber noch gekriegt. Ich habe mich gut versteckt. Er hat mich damit gerechnet, dass sie an der Wand hängen. Der Doktor Leed hat damit nicht gerechnet. So schnell da hinspringen. Oh, war eine schlechte Idee, dann zu springen. Alter, was? Wie konnte er da? Ach, der war hinter mir. Ich dachte, der hätte durchgeschossen. Okay. Oh, mein Team hält sich immer gerade besser als ich. Heute bin ich das schwache Glied. Ihr habt alles ein hier, Jungs. Alles. Oh, hinter uns. LoL. Habe ich beide erwischt. Nice. Nice. Alles einfärben. Nein, 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 nein. Ah, da kann er von hinten. Aber ich habe die alle schön weggeholt und wir gewinnen, wenn wir Glück haben. Oh, wenn der, wenn Parin das hält, hier mit seiner Airbrush, schnell hinspringen. Ah, shit. Das geht nicht gut. Nein, ich gucke in die falsche Richtung. Oh, Mann. Jetzt hält er da drauf. Alle springen da hin und die halten nur drauf. Ja, geil, Leute. Nicht hinspringen. Wenn ihr merkt, die sterben alle, nicht hinspringen. Oh, Gott. Ah, das sah nicht gut aus, was da passiert ist. LoL. Nein. Wo ist er denn hergekommen? Ohne Mist, wo ist er hergekommen? Der kann doch nicht die ganze Zeit oben gehangen haben zu tun. Ich springe da jetzt hin zu dem Hinteren, wo die noch nicht sein können. So. Hoffen. Okay. Er hat ein Schild, glaube ich. Er hat ein Schild. Ach, komm. Nein, springen ja nicht hin. Ich hoffe, die sehen das nicht. Okay. Sie haben es nicht gesehen. Nein, sie haben es gesehen. Oh, Gott. Wir verlieren das noch. Wir verlieren das. Nein, wir gewinnen. Oh, mein Gott. Das ist so knapp. Krass. Was? Worum bin ich denn jetzt? Ich bin noch nie ins Wasser gefallen. Na gut, wir haben eh gewonnen. Nein, Verlängerung. Haltet sie auf. Haltet sie auf, Leute. Oh nein. Sie gewinnen. Scheiß Verlängerung. Haltet das scheiß Ding auf. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Sie haben gewonnen. Nein. Wir haben gewonnen. Hätte die eine Sekunde nicht noch. Nein. Nein. 11, 9. Obwohl ich so oft gestorben bin, bin ich immer noch von den Kills der Beste. Oh, boy. Oh, Mann. Okay, wir wechseln die Waffe. Wir gehen auf den Profi-Kleckser. Oh, yeah. Profi-Kleckser. Wo ist denn mein Profi-Kleckser? Der hier. Den nehmen wir. Und ich habe mich noch nicht schlau gemacht, auf was ich denn so setze. So bei dem Aufwerten der Rüstung. Und denke mir so, ja, hat Zeit. Bevor ich alles raushau doof, möchte ich mich da eigentlich gut drüber informieren, was ich denn so möchte und was ich brauche. Ich meine, 24 Muscheln sind zwar viel, aber die sind auch schnell weg. Wenn ich nicht das auf die Rüstung bekomme, was ich will. Oder nicht weiß, was ich will und denke, na, das ist kacke und vielleicht war es sogar gut und habe es dann weggeworfen. Okay. Attacke rechts rum, diesmal wieder. Das wechselt hier auf der Map, also da muss man auch drauf achten. Und wenn man nicht gerade vergisst, dass man Herrschaft spielt, so wie ich gerade in der letzten Runde und einfach nur die Map einfärbt. Das ist mir echt peinlich. Vor allem, weil ich immer der bin, der über die Leute ranted, wenn sie das tun. Oh, fuck. Lol. Da, 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 ich habe ihn hinter uns. Toll, wenn der jetzt überlebt hätte und uns gekriegt hätte, wäre das echt peinlich gewählt worden. Ich habe ihn auch gekriegt. Von wegen, spielst du um die Ecke und krisst mich. Den Tent Attack wollte ich immer wieder benutzen. Den habe ich auch schon lange nicht mehr benutzt. So, schnell dahin, sie färben alles ein. Das ist nicht gut. Nein, die Kack-Bazooka. Ich habe mit sowas gerechnet. Ich dachte mir, so der haut jetzt ab, wegen der Bombe und macht jetzt nichts. Ich dachte, der mich da willkommen, hat sich aber dann dahin hingestellt, wo du dachte. Warum sollte ich da hingehen? Oh, ich habe den Im-Sprung getroffen. Oh, Kacke. Ich komme jetzt die Bazooka und renne da rein. Der Sniper geht rechts rum. Ich versuche mal eine andere Position. Das ist auch nie verkehrt, mal die Position zu wechseln. Ich weiß, dass da links einer ist. Der färbt da nämlich die ganze Zeit den Kackboden ein. Moment. Nein! Wieso kriegt er mich denn? Die gewinnen. Seit dem Splatfest bin ich nur noch am Fliehen. Das Splatfest hat mich schwach gemacht. Ich meine, ich bin nie der Beste in Splatoon gewesen. Aber ich kann es ein bisschen. So, ich gehe jetzt hier lang. So, den haben wir. Gucken wir hier schnell runter. Gießen da rüber. Komm, einer noch? Gucken wir mal darüber. Versuchen wir mal was zu holen hier. Fall runter wenigstens. Ach, du Sau. Ich hätte mir gewünscht, dass er runterspringt. Mit dem Profi-Kleckser muss ich auf Distanz gehen. Das ist aber hier ganz schön schwer. Eigentlich ist das so eine Distanz-Map. Aber zu mir. Ja, ich komme. Und jetzt? Da kommt sie. Oh Gott, pass auf. Sie kommen. Sie kommen in der Bahner. Die weg. Nice. Ah, shit. Nice. Da rechts. Da rechts. Da drüben über die Brücke. Nice. Oh Gott, war der gut. Ah, der ist fast tot. Nice. Oh Gott. Oh, hinter mir. Nice. Oh Gott. Jetzt gerade geht es wieder. Da weiner. Nein, wo er wusste, dass ich da lang schwimme. Halt nicht drauf. Oh Gott. Ich geh doch einfach. Sollte wieder mit dem Roller spielen. Hier fehlt es gerade mit Roller-Leuten. Roller sind auch immer gute Panikmacher bei den Leuten. Ah, da kommt so ein Bersuka-Arsch. Nein, ja. Ja, zwei erwischt. Den dritten hätte ich gerne auch noch gehabt. Aber der eine Schwester hat noch gesagt. Boah, was? Guck mal, wie viel Angriff der hat. Anders bringt er nichts. Er hat ja alles auf Angriff. Kriegt das doch was? Krischer Typ. Oh, hinter mir. Überall. Oh Gott. Sterben gerade die, die fliegen. Das carryen aber gerade im Team zwei Leute bei denen, glaube ich. Die anderen sahen ab. Ja, schade. Zwei Runden verloren. Eigentlich will ich immer aufhören, wenn ich verliere. Aber ich kann das auch nicht auf mir sitzen lassen. Sehen wir jetzt mal. Mal gucken, ob das zwei Leute bei denen gecarried hat. Das hat sich so angefühlt zumindest. 13,979. Ah, auf jeden Fall hat der Blaster-Typ viel gecarried. Der hat viel gekillt. Naja. Gut. Heute mal eine kurze Folge. Wir sehen uns dann im nächsten Part von Splatoon. Ich will nicht immer verlieren. Aber das kann ich ja nicht ändern. Ich könnte besser spielen, aber das wäre ja langweilig. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Kommentare und Bewertungen nicht vergessen. Wie immer. Ich sag das immer erst am Ende des Videos. Das ist immer ein bisschen blöd, oder? Naja. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.